Ich sag dir der mit 5.14 gewinnt. Wie viel ist der Pot? Sieg man das irgendwo? Ja, 49, 62. Da siehst du im Kreis drin. Achso, okay. Oha, 70 alle, jetzt wirst du whipped gehen. Jooo. Mit dem Prozent, oder? Ey, wenn du das gewinnst, gib mal was ab. Nee. Mach Key Battle. Nee. Mit dem einen Key, den ich gewinn, ja. Da, mit den 5. Ja, hier, 5, 5, 5 Keys. Kennt ihr diese Leute, die mit Cases da reingehen, Alter? Mit Cobblestone Cases? Wie v ist das? Nur so, Alter. Hier gibt's Knife rein, Alter. Jo. Der verliert's gegen die Cases, Alter, pass mal auf. Fünf Prozent reicht. Komm, Alter, komm. Noch einmal. Da war ein Bild von dir. Whip, Marlon. Whip. 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 Ja. 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 Ja, Jungs. Ja, Mann, Alter. Ja. 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 Das ist cool. Das Lied Jetzt kommt Alter Jetzt kommt das Lied Alter ich habe gerade 234 Dollar gewonnen Huuuuhuhuhu Hier Hier Вот Hier 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 Ich iste F ciento Hier Hier Easy, Exo, schon wieder nen Pott gewonnen. Didi, 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 didi.